hey leute was geht willkommen zu einem neuen video und zwar geht es heute um den erfolg epischer legendärer preis und für diesen erfolg müssen wir in unserem haus auf unserem fernsehen kleinen werbespot von dem roboter sehen noch ein kleiner tipp von mir vor bevor ich näher darauf eingehen werde auf die werbung ihr seht ich lade gleich in den kontrollpunkt neu und zwar wenn ihr euch so ein bisschen haus bewegt schaltet ihr einfach das seht ihr unten rechts an so ein kleines speichersymbol und sobald das speichersymbol bei euch auftaucht habt ihr den kontrollpunkt ihr könnt immer wieder darauf neu zugreifen quasi darauf nur zu laden und der vorteil von dem ganzen ist einfach dass wir dadurch immer wieder neuen werbespot bekommen so wir beschleunigen das ganze ein bisschen noch ein kleiner tipp von mir nebenbei ihr habt es vielleicht gesehen vorhin wenn ich es gibt einfach ein stückchen zurück ich drehe mich bewusst von dem fernseher weg ich weiß nicht ob das bei mir einfach ob es normal ist oder ob das einfach bei mir ein bisschen lack war und zwar oder pech wenn man so sehen möchte und zwar wenn ich weg gedreht bin vom fernseher und neu auf meinen kontrollpunkt zugreifen neu darauf zu lade dann dreht sich mein charakter einmal 180 grad das hat der vorteil dass ich direkt auf den fernseher guckt hört sich jetzt erstmal ein bisschen bisschen kleinlich an weil die leute denken sich vielleicht okay jetzt spart der junge sich vielleicht zwei drei sekunden aber glaubt mir ich habe bestimmt 20 bis 25 minuten gebraucht um den werbespot zu bekommen und das in zwei drei sekunden bei einmal durchskippen schon ein bisschen was von daher wie gesagt einmal wegdrehen vom fernseher gucken dass ihr unten rechts auf eurem monitor oder fernseher das speichersymbol bekommt und das soll das ganze einfach für euch beschleunigen und ja im hintergrund seht ihr schon den spot mit dem kleinen roboter sobald ihr den seht einfach neun minuten warten der zieht sich ein bisschen tatsache und dann soll der erfolg auch schon für euch aufblocken ja ich glaube ich habe alles gesagt was ich sagen möchte ich bedanke mich fürs zuschauen und man hört sich ciao ciao